Das ist Radio mit Kav und Steffen und Felix. Das war schon ein bisschen gruselig. Erstmal bin ich ganz schnell zum Hotel gelaufen und dann sehe ich nur so Hunde auf der Straße, wilde Hunde. Da weißt du ja immer nicht. Zum Beispiel in Portugal wurden wir mal überfallen von Hunden. Die kamen so aus dem Gebüsch, bellen uns an, als wir uns irgendwie unser Geld haben. Was geht denn hier ab? Voll Schiss bekommen. Und da wusste ich ja nicht, wie die drauf sind, schleichen mich dort an denen vorbei. Aber die sind dort voll entspannt auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir eigentlich rumgefahren. Dann sind wir immer zu zwei Nächten in einer Stadt und dann halt immer mit dem, gibt es gute Busverbindungen. Und dann gibt es noch die Collectivos, heißen die. Das sind dann halt zwölf Leute in so einem ganz kleinen Transporter gequetscht. Und es gibt aber auch Pisten. Wir hatten eine Strecke, die hat mich dann K.O. gehauen auch. Vier Stunden in der Nacht im Collectivo. Und die haben dort, damit die nicht so schnell fahren, auf den Landstraßen, solche Huckel. Torpes heißen die dort. Und die kommen dort aller 100 Meter. Und du fährst quasi mit dem Bus. Der fährt an, bremst. Der fährt über das Ding. Das scheppert übelst im Kopf, weil die Stoßdämpfer natürlich also durch sind. Dann gibt er wieder Vollgas. Bis zum nächsten bremst. Wieder höllig ab. Und so ging das vier Stunden. Wir waren am Ende, war das so. Wir haben dann am Ende schon gelacht. So, mahnisch. Komm, komm, noch gehuckelt. Wir konnten nicht mehr. Wir sind da raus. Und zwar eigentlich war Kollektiv immer geil. So viele kurze Fahrten ist das cool. Das ist billig. Das ist einfach und so. Aber so eine lange Fahrt, das war die Hölle. Und dann lag ich wirklich am Tag erstmal flach. Und dazu kommt die ganzen Klimaanlagen, weil der mitteleuropäische Mensch ist einfach auch nicht gemacht dafür. Und ich habe auch so stückweise gedacht, vielleicht sollte man das einfach nicht machen mit dem Reisen. Weil du kommst dahin, dein Körper verträgt erstmal das Essen nicht. Du darfst dein Leitungswasser eigentlich in keine Körperöffnung kommen lassen. Da geht sofort hier die Rache des Montezuma los. So nennen die das. Das heißt Durchfall quasi. Ja, und das hatten wir alle gehabt. Alle, die ganze Reisegruppe hatte, am Anfang musste durch. Und ich habe aufgepasst. Ich habe gesagt, du solltest kein Obst essen. Dann weißt du gar nicht, was du essen sollst. Weil da steht so warnungsmäßig, was du nicht essen darfst. Da steht kein Obst, weil das ist gespritzt. Kein Leitungswasser natürlich, kein Eiswürfel. Und Fleisch auch immer gefährlich. Wir haben da manchmal in die Küche reingelunzt. Das ist, bei uns wäre das Gesundheitshygieneamt da anders. Das war wahrscheinlich, ja, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Buchstäblich, weil das Essen auch dann immer übelst scharf ist. Die stellen was hin. Du denkst, das ist ein schöner Tomatensalat mit Petersilie. Machst du so ein bisschen aufs Brot. Auf einmal brennt dein ganzes, dein ganzer Mund. Und du schmeckst erstmal einen halben Tag nichts mehr. Also das war echt ein bisschen schwierig. Da dachte ich mir, vielleicht sollte man das einfach... Alle bleiben schön bei sich, niemals reist rum. Da war es doch einmal schön. Ja, was soll ich noch erzählen? Ich wollte ja noch erzählen, dass ich immer noch ein bisschen angeschlagen bin, weil die Klimaanlagen, das ist natürlich, was wir auch nicht hier verstehen. Draußen sind dort 35 Grad. Egal, wo du reinkommst. Ist es ein Laden oder ist es dort der Bus? Geht es von 35 auf gefühlte Minus 10 Grad? Mit kaltem, feuchtem Wind. Und das hältst du auch nicht aus. Du ziehst dir dann alles an, was du noch so mit hast. Hast ja auch nicht viel mit. Und trotzdem, irgendwann kriegst du die Stimme hier und alles. Und das ist höllig. Das macht einen da auch fertig. Ja. Gut, schön. Danke schön, Dr. Steffen, dann passe ich auf. Und auch immer Tabletten mit einem Kohletabletten und so. Ne, aber Steffen, jetzt interessiert uns. Ja, die Kohletabletten haben... Wir sind doch ein jugendlicher, cooler Podcast. Okay, ich weiß, worauf wir denn ausführen. Ich möchte jetzt wissen, ihr seid dann so, habt ihr dann schon im Pool gesessen, habt euch über die Klimaanlage aufgeregt. Oh, man sollte eigentlich gar nicht mehr in Urlaub fahren. Das Essen ist so scharf, die Klimaanlage ist so kalt. Aber jetzt ist doch interessant, was passiert da nachts dann, Steffen, bei euch? Eines noch, na nachts, zu den Klimaanlagen nochmal. Wir hatten dann wirklich so Nächte, wo wir dann immer abwechselnd ist einer aufgewacht und hat die ausgemacht, bis der nächste scheißgebadet aufgewacht ist und die wieder angemacht hat, bis der nächste dann wieder bippernd aufgewacht ist. Das ging die Nächte durch. Herrlich. Also, Party-Technisch, ne? Es ist, natürlich gibt es dort auch die Ausgangssperren und alles, aber es gibt natürlich so sehr touristische Orte, wo dann auch schon mal ein bisschen der Raggadon rausgeholt wird. Aber natürlich alles Open Air noch. Es gibt ja nicht so. Und da gibt es dann natürlich Tulum am Strand, da kann man schon mal vorbeilaufen und da kann man schon die eine oder andere Party, sage ich mal, erhaschen. Und da war auch eine und die wurde uns auch empfehlen, da müssen wir hin. Das war eine Haus-Party. Achso, Musikrichtung Haus. Und sonst ist das immer, ich muss erst mal wieder reinkommen hier. Eine Haus-Party kann man ja auch denken, so eine Home-Party. Meine ich nicht. Und da war eigentlich immer alles kostenlos. Und da war es so, da ist ein ganz spezieller DJ aus, es gibt, das will ich noch dazu sagen, es gibt DJs, die das nicht gut heißen, was da in Mexiko und Tulum da abgeht mit diesen Partys wegen Corona. Es gibt da auch welche, die pfeifen halt drauf. Und wir wollten natürlich auch mal gucken, was da so abgeht vom Hygienekonzept, mal auschecken, wie ist das. Und da wollten wir da hin. Das ist jetzt quasi ein Pilotprojekt. Pilotprojekt. Das ist auch in Deutschland gerade, also ich bin ja morgen auch, ich spiele morgen auch auf einem Pilotprojekt. Gefühlt habe ich so, es ist einfach so, willst du irgendwie eine fette Party machen, dann sag einfach, es heißt Pilotprojekt. Ja, und da war auch so ein Pilotprojekt, also wir waren ja alle geimpft, wie gesagt, da fühlt man sich schon relativ sicher, ist ja auch draußen. Und da war der Special-DJ und da wollten die 1750 Peso haben, das sind jetzt umgerechnet fast 100, schieß mich tot, fast 100 Euro, wollten die Eintritt haben da. Das geht nicht, das können wir nicht machen. Das ist nicht in unserer Reisekasse drin. Und du konntest aber ganz easy, wenn du hinten vorbeigelaufen bist am Eingang zum Strand, weil es war ja direkt am Strand, sag ich mal, da waren hinten so Möglichkeiten, wenn du dich dumm anstellst, fällst du schon mal aus Versehen da über den Zaun. Und wenn man gerade ein bisschen was getrunken hat, Tequila, Tequila drin, stolpert man mal über den Zaun. Da können wir da halt am Strang langlaufen und dann so, ah, hups, erschrocken, da war eine Schlange und oh, ich bin ja auf einmal, bin ich drin. Dann, ups, stand es dann auf einmal. Und mit Schlange, meinst du jetzt nicht die Schlange zum Eingang, ne? Nee, nee. Ja, nee, nee. Und dann stande man auf einmal aber auf so einem abgesperrten VIP-Bereich. Und dann musste man kurz, hallo, hallo und schnell. Musstest du noch auflegen. Und dann ist auch aufgefallen, die haben wir alle bändeln und da waren schon sehr viele Securities, die da rumlaufen und das hieß Hände unten halten auf jeden Fall. Und ja, da war auf jeden Fall, da war dann schon gut was los, sag ich mal. Da wurde, das war ein Rave-Duo. Das war ein Rave. Ja, ich frage so, ich frage so speziell nach, vielleicht irritiert das jetzt die eine oder andere Hörerin, weil wir beide ja damals, als wir wiederum in Argentinien waren, aber ne, ist ja auch irgendwie, würde ich jetzt auch mal zu Südamerika oder Südamerika sein, ist eigentlich klassisch. Aber jedenfalls, auch damals in Kolumbien und so, also diese Party, die wir in Buenos Aires hatten damals, das ist ja für uns alle, das ist ja einer der Top-3-Partys in unserem Leben gewesen. Ja, herrlich. Und deswegen frage ich so gierig nach, weißt du, weil gerade, ich hätte mich auch so dafür interessiert, ob ihr in Mexiko eine geile Party anliegt habt, aber speziell jetzt nochmal so ausgedürrt vom Corona-Niedigkeit sozusagen, interessiert mich. Natürlich nochmal speziell mehr. Ja, das vergisst du dann auch schnell bei den Pilotprojekten, das ist natürlich dann da drin, das lässt sich ein bisschen viel. Das heißt, die Musik kam, ihr musstet eure Arme unten halten, weil ihr keine Bändchen hattet und dann kam aber der Drop. Dann kam so zitz, 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 und ihr musst so, oh mein Gott, verdammt, ich kann nicht anders, I can't help it, aah! Das war auch so, das hat ja auch dann, glaube ich, keinen interessiert, ob man da ein Bändchen hatte, da stand auch überall, nicht Film, no Cameras und alle filmen da natürlich da war ja auch krasses Licht und so, die Lichtshow und alle. Ja, und dann war aber, dann ist Punkt, halb zwölf, geht dort die Musik aus. Überall, außer der ganzen Playa der Party ist dann Sense und dann, wir waren ja auch relativ früh da, das haben wir dann schon so geplant, aber dann denkt man sich, naja, so ganzen Schluss kann ja nicht sein jetzt. Hast du gedacht, gibt es vielleicht noch eine Hausparty und ich meine nicht die Musikrichtung? Ne, da haben wir uns ein bisschen rumgefragt, aber da war nicht viel, da waren noch irgendwelche besoffenen Deutschen, die Junggesellenabschied gefeiert haben, ach nee, da gehen wir jetzt auch nicht noch hin. Und dann hatten wir welche aus unserem Hotel auch kennengelernt gehabt, die waren auch mit auf der Party und dann haben wir gesagt, ey komm, wir gehen jetzt zu uns ins Hotel, weil da war fast niemand, es waren irgendwie nur fünf Gäste. Und wir hatten oben eine schöne Dachterrasse mit Pool und da haben wir dann nochmal die Bluetooth-Box angeschmissen. Und jetzt nochmal auch eine schöne Grüße nochmal an Lima und Janifa, die Namen sind absichtlich etwas abgeändert. Sollte ich grüßen, hallo, wenn ihr noch, wenn ihr überhaupt zuhört. Shout out, sag ich mal, shout out. Wer bin ich? Unsere Anrufer, die es zu erraten gibt. Hier oben, klickt doch da drauf, wenn ihr darauf Lust habt. Ja, es macht mir aber auch ein bisschen langweilig, aber das ist, das ist sehr zu viel. Und hier unten, hier ist natürlich eine ominöse Glocke, die kann man, sollte man auch einfach aufdrücken, einfach draufglocken.